Bruder, Glasschlepper, Meisheckler. Pat, ich gucke hier hin, was hier alles drauf ist. Okay? Pat? Okay? Pat, soll ich dir sagen, was hier alles drauf ist? Dessens New Holland Traktor. Andessens der Bruder, Glasschlepper, Meisheckler. Auch von Glass ein Traktor, der mit Ausrüstung ein Frontlader dran befestigt ist. Anschließend ein Traktor mit einer Quaderbeinbreche. Andessen noch ein Traktor mit Frontlader. Und an diesem nochmal ein Anhänger mit Holz. Andessen ein Kiefhoflader. Und dann noch ein Dolz. Ich sehe schon eine Motion, die der Meisheckler an sich aufmachen kann. Zu und auf. Hier, wollen wir ihn rausholen, Papst? Ich finde es auch. Papst, guck doch mal, so stark bin ich. So, ich habe schon einen Mann da, der darf den Meisheckler fahren. Da, da ist er, ja. Da, da ist er. Da, das Meishecklerwerk, Papst. Sind es da die modernen Schwarzpapts, die es heute in der Zeit noch nicht gegeben hat? Papst, Meiswerk. So, Papst. Hier, wir müssen es aber jetzt erst mal... Hm. So, Meiswerk, Papst. Wir müssen es anmontieren, Papst. Wir müssen es anmontieren, Papst. Diese Dacke gehen auf und die aufgehen. Andessen gehen auch auf. Ist aber ziemlich schwierig, Papst. Diese Dacke hier aufzumachen. Hm, 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 hm. Buh, da Meisheck. Ja, Papst. Hm, 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 hm. Wappapp, so kann der auch machen, um reinzuspielen. Ich habe das Häckselwerk abgeklappt. Wappapp, so kann der auch fahren. Ich kann nicht so, wie das Häckselwerk funktioniert.